ja knoten für knoten mit liebe gesetzt und mit guten wünschen versehen guten tag liebe besucher ich bin barbara winter die frau von rhein knoten ich begrüße sie heute weil es im museum nicht geht hier auf meinem sofa an meinem knotplatz zu hause und freue mich dass sie vorbeischauen ich arbeite mit materialien aus der natur am liebsten mit holz was ich so finde am allerliebsten arbeite ich mit den steinen aus dem rhein die sammle ich wohne nah am rhein und die finden immer wieder den weg in meine schmuckstücke hier habe ich eins an das ist auch ein reinstein und so arbeite ich ketten colliers also ohrringe armbänder fußkettchen je nachdem wo der flow gerade lang geht der kreative und was gerade entstehen will ja ich zeige ihnen gerne noch ein paar schätze aus meinem schatz kistchen und ich hoffe dass wir uns im nächsten jahr live in common wieder vor ort sehen und ich bitte sie bleiben sie gesund bis dahin ganz herzliche grüße ihre barbara winter